Und hier ist wieder Ihr Peter Hirschmann am Mikrofon. Traurig aber wahr, die Alliierten haben mit ihren schmählichen Bombenangriffen unsere gesamte Schallplattensammlung zerstört. Wie ihr wisst, ist die einzige Platte, die wir retten konnten, die Aufnahme von Tim Simoneck und seinem Gänse-Schritt-Orchester. Einer der von unserem Führer am meisten verehrten Musikkapellen. Das Lied, das wir spielen werden, ist natürlich der von dem italienischen Komponisten Micaele Giacchino geschriebene Klassiker Auf der Straße nach Berlin. Freunde, wir werden dieses letzte uns erhaltene Lied so lange spielen, bis der Feind winselnd um Gnade vor uns auf die Knie fällt. Auf der Straße nach Berlin. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020